Ah, Frebs hat ein mega Problem. Und wieso ist dieses Marker? Ah, lass mich in Ruhe, Frebs. Du machst mir Angst. Du machst mir Angst. Steuerung. Ähm, Insert. Wo ist Insert? Hallo, ah da. So, jetzt viel besser. Jetzt könnten wir den da oben noch nehmen. Das ist ein Donnerstein-Shard. So. Jo, hm, ist nix. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen minen. Haben wir das mal. So. Ah ja, wenn ihr denkt, wieso so ein paar Items weg sind, das sind die Pokémon-Items. Die brauchen wir nicht in dieser Welt. Das habe ich ja vergessen rauszunehmen. Die sind aber nicht wichtig, die kann man wegwerfen. So. Also gehen wir raus. Wir nehmen hier irgendwo einen Notausgang. Einfach einen Minenschacht-Eingang. So. Haben wir irgendwo Fackeln oder Kohle. Kohle nehmen wir mal. Fackeln haben wir doch. So. So. Ähm. Flasterstein. Flasterstein. Aha. Noch mehr. So. Wir haben hier die 1 runter. Und hier ist irgendwas. Ich weiß nicht ganz genau, von was die Geräsche sind. Aber wahrscheinlich von Höhlen einfach, die jetzt nicht so wichtig sind. Schauen wir mal, wie tief wir sind. 43. 25. 25. 21. 17. 14. 17. 12. Jetzt haben wir den Eimer nicht und das macht jetzt nicht so viel aus. Wir nehmen die Kohle natürlich mit. Gut, dann gehen wir wieder nach oben, machen hier zu. Und wieder auf hier eins, damit das Wasser hier rund gehen kann. Und hier bei 12 machen wir schon mal einen Tunnel. Wie ihr wisst suche ich immer noch Interessenten, die mit mir aufnehmen wollen oder einzeln aufnehmen wollen. Ich habe eben diese Welt für alle gemacht, die let's playen wollen. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne bei mir anmelden oder im Forum von mir. Und ja, können wir mal etwas zusammen machen oder einzeln oder ja, was ihr wollt. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr aufnehmt und am besten immer aufnehmt. Auch keine Zwischensachen macht. Weil diese Welt sollte eigentlich nur berührt werden, wenn es eine Aufnahme gibt oder so. Am besten auch keine Livestreams, weil ich einfach will, dass auch Let's Player, die wenig Let's Playen wollen, auch zu ihren Kosten kommen und nicht gleich keine Chance mehr haben oder irgendwas. So. Das ist dann unfair gegenüber. Und wir können richtige Kämpfe machen, wir können Krieg machen. Aber nur so, dass wenn jemand nicht Krieg will, er auch nicht angegriffen werden darf. Und er darf dann keine Farbe haben, weil wenn er eine Farbe hat, dann ist der Krieg kriegsgezeichnet. Und das heißt, frei angegriffen von den Feinden dieses Reiches oder dieser Gruppierung. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn so bald wie möglich jemand melden könnte. Und ja, wenn ihr Fragen habt, nur zu. Dafür sind die Kommentare hier unter dem Video da. Und ja, vielleicht kommen ja schon die Ersten. Hier ist nichts. Da oben ist eine Schlucht. Okay. Hallo? Ist da hier jemand? Da oben ist eine Schlucht. Aha. Das sehen meine Augen da. Wir machen einen Crafting Tisch. So. So. Blub. So, schauen wir mal, ob wir hier Wasser haben. Ja, hier. Sehr gut. Na auf. Wo beginnt das Wasser? Oh je. Weit oben. Hm. Nein. Schlimm sowas. Gut. So. Gehen wir runter. Noch ein bisschen Kohle hier ansammeln. Vielleicht ist es so schön. Vielleicht ist es so schön. Ja. So. Ja. So. 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 Und Wassermarsch. Obsidian. Obsidian. Ich finde es irgendwie dumm. Obsidian ist das stärkste Material. Und ist so häufig. Kann sich treffen, wenn man nur Wasser reingisst und so. Das wird ein bisschen schwerer zum Herstellen sein. Hallo. Gold. Gut. Gut. heute Morgen. Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing. 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 Dies ist einfach ganz ähnlich. Es. Tschüssing. 었 Tschüssing. 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 Tortenang. Tschüssing. Es gibt nichts. Schade. Ach, egal. Ist noch nicht voll gut. Da war der Durchgang. Gehen wir weiter. Da ist der Red Zone, das nehmen wir nicht mit. Das kann dann der GamerSuchtX farmen gehen. Das meldet einfach die ganze Zeit meine Inventar vor. Das will ich einfach nicht mitnehmen. Ist auch nicht zu brauchen. Okay, hier waren wir auch schon. Hm, keine Diamanten. Ein bisschen unfair verteilt. Da müssen wir einfach durch das Red Stone. Da, ähm. Einen. Da ist ein bisschen Maragd. Und von dahin haben wir eigentlich schon genug. Hm. Überall aber. So. Ach komm. Sammeln das Teil ein. Gut. Und jetzt. Das geht mal. Ja. Das geht mal. Den nehmen wir mit. Was denn hier? Nix. So eine Fläche. Ich möchte einmal ein Böser sein. Ein verdammtes kleines Schwein. Das ist irgendwas. Ich möchte einmal ein Böses sein. Abgrund-Tief-Böse sein. Ah ja. Und, hey pfff. Was ist denn hier? Das haben wir schon. Nix. Ach komm schon. Irgendwas hier muss hier doch sein. Wir brauchen ein paar Diamanten. Schönes Wasser. Du kannst es schön herumbacken. Braves Wasser. Mach es dem Einkauf noch schlechter als es schon ist. Gehts noch. Es ist nix hier. Mist. Also ist die eine.